Präsentiert von webpodcast.de, Ihr Profi-Cast für Webdesign und Entwicklung. Etwas versteckt findet sich die Möglichkeit, Videos auch als Pinsel zu nutzen. So kann ein Video eine beliebige Form ausfüllen und ist dabei nicht auf ein rechteckiges Format beschränkt. Videos können in Silverlight-Projekten nicht nur als einfaches Medien-Element, sondern auch als Pinsel benutzt werden. Das heißt, für die Farbe eines Objektes kann ich nicht nur einfarbige Farben wählen oder Verläufe nutzen, beziehungsweise auch Bitmap-Grafiken einsetzen, sondern sogar Videosequenzen verwenden. Diese Funktion ist aber etwas versteckt und muss innerhalb des XAML-Codes direkt angegeben werden. Einmal gemacht, gestaltet sich das Ganze aber relativ einfach. Hier habe ich dafür ein einfaches Projekt angelegt, in dem drin ich ein Media-Element platziert habe, das als Quelle ein einfaches Video nutzt. Dieses Video steht im WMV-Format zur Verfügung. Nun möchte ich dieses Video aber nicht in seiner rechteckigen Form darstellen, sondern als Pinsel in einer beliebigen, frei erstellten Form nutzen. Dafür wähle ich mein Stiftwerkzeug und zeichne eine beliebige Form. Diese Form wähle ich aus, gehe auf die Eigenschaften und deaktiviere als allererstes mal den Strich drumherum. Als nächstes beschäftige ich mich mit der Füllung. Diese Füllung hier soll nun als Video dargestellt werden. Ich möchte dafür einen Videopinsel nutzen. Ein Videopinsel ist hier aber nirgendwo zu finden und lässt sich auch sonst nicht aus diesem Video auf einfache Art und Weise generieren. Es ist aber doch relativ einfach, wenn man es einmal gemacht hat. Um mir den Weg etwas leichter zu gestalten, lege ich erst einmal überhaupt einen Farbverlaufspinsel, einen Brush an, den ich dann auch in meinem XAML-Code sehen kann. Damit habe ich nun meinen Pfad mit einer Füllung versehen, die wiederum durch einen Brush definiert ist. Aber als Brush möchte ich hier gar nicht diesen Verlauf, sondern ein Video nutzen. Deshalb mache ich daraus jetzt ein Videobrush. Und das Video, was ich darstellen möchte, kann ich nur über ein Media-Element definieren. Das heißt, anders als bei den meisten anderen Pinseln, brauche ich hier einen Verweis zu einem Oberflächenelement, das den eigentlichen Inhalt für das Video beinhaltet. Und diesen Verweis gebe ich über Source Name an. Das heißt, ich kopiere hier den Namen dieses Medien-Elements in meinen Videobrush. Und jetzt kann mein Videobrush, mein Videopinsel, als Videofüllung oder als Videolinie für beliebige Formen genutzt werden. Wenn ich zurück in mein Projekt wechsle, dann sieht man hier auch schon ansatzweise, dass diese Form mit dem Video gefüllt ist. Und nun gehe ich auf Projekt, Projektmappe testen und schaue mir das Ganze an. Und man sieht, dass ich jetzt zwei Videos habe, wovon das eine, nämlich dieses hier, etwas versetzt ist. Das andere Video möchte ich aber jetzt eventuell nicht mehr sehen. Darum wähle ich das entsprechende Element aus und gehe auf die Eigenschaften dieses Media-Elements, also des eigentlichen Videos, und stelle dort die Sichtbarkeit aus. Das funktioniert leider nicht. Denn jetzt wird das Video gar nicht mehr gerendert, gar nicht mehr dargestellt. Kein Video zu sehen. Das heißt, über die Sichtbarkeit kann ich das nicht steuern, sondern ich muss an der Stelle über die Opacity, über die Deckkraft gehen und diese auf 0% stellen. Wenn ich das nun mache und mein Projekt wieder teste, dann wird nur noch mein Video-Pinsel dargestellt. Natürlich kann ich auch mehrere Objekte verwenden, die alle auf das gleiche Video referenzieren und den entsprechenden Video-Brush nutzen. Wichtig dabei ist aber, dass anders als bei den anderen Pinseln ich immer ein Video-Brush und den Bezug zu einem Media-Element brauche. Das heißt, der Brush alleine ist nicht in Anführungszeichen überlebensfähig, sondern bezieht sich auf ein Media-Element. Dieses Media-Element kann ich dann aber auch steuern, anhalten, stoppen, zurückspulen und so weiter.